Willkommen zu mega unprofessionellem Gameplay. Es geht wieder mal weiter mit den Karotten-Geschichten aus Mega Mash 7 Games in 1. Und ja, ich hab mal nachgeguckt, wie viele Level es gibt. Ich hab mir nochmal meinen ersten Part angeguckt zu der Stelle, wo die Levelanzahl gezeigt wird. Und wir sind gerade bei Level 7. Oder sind jetzt bei Level 7. Es gibt 20. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern, das Spiel. Aber dafür wird es für mich zumindest nicht langweilig. Und das macht den Reiz aus. Und deswegen mache ich das auch. Dann gehen wir auf weiter. Und wir fangen mit Bomberman an. Und da oben ist Space Invaders, oder was? Okay. Ich sehe schon, was ich da machen muss. Oh, das muss ich gar nicht mehr machen. Hier noch was. Hier noch was. Und dann einfach nur noch beiseite gehen. Ah ne, der da unten muss noch weg. Okay. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie auf den drauf. Ja, okay. Ah, 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 Flamme, 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 Flamme. Rein, 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 schalala. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Okay. Uh. Okay. 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 ich habe doch gar keine bombe gelegt auch nur die level werden wieder kompliziert warum habe ich ja ich habe wenigstens vom fliegel verfahrt getritt ist damit ich will nicht dass es kompliziert wird ja dann wieder hier krieg ich das hin ja dann da steht über maus seite holy shit okay ich bin durch ich bin durch dass der lift das schon das level ende ich will okay ich sehe schon okay er verfolgt mich gut zu wissen da hier 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 ich will erst mal die erste kiste raus aber ich verstehe schon was die vorher von mir wollen das ist eigentlich recht ja stimmt ich kann ja aufgeben ich war schon sagen ich hab's mir jetzt verbaut aber machen wir hier noch ein okay dann hier okay dann muss er jetzt hier machen nochmal 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 danke hau ab hau ab hau ab okay ich hab die nächste kiste leute ich hab die nächste kiste so eine brauche ich noch hier 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 du elendiger dreck nein warum laufe ich denn da rum nein nein es war so gut ach verdammte scheiße kann ich lass dich einfach selber weg sprengen okay der taucht auf okay dann hier hier ja hier okay zwei kisten hast du schon einmal hier hin ja dann da hin ja und jetzt verpiss dich verpiss dich verpiss dich gut ich hab's da alle sehr gut ich versuch die alle auf einen Schlag mitzunehmen jetzt okay okay die muss jetzt noch da drauf ah da muss man die jetzt noch ein bisschen verschieben okay okay niki okay ja okay level geschafft wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht sechs minuten okay wenn ich mir jedes level so lange brauche ne oh mein gott ich hab doch gar nichts gedrückt auch ich bin der luftballon ich bin der luftballon ah verdammte scheiße was meine ich mir wie tutt du das Vieh ich bin der luftballon sein okay ganz ruhig es ist alles alles es ist alles gut okay ich will ja gar nicht rein komm her scheiß fiel komm her Ballon enttäuscht mich nicht seid ihr denn krank es leckt gerade so sehr ne wow es hat geleckt ich konnte nichts machen es leckt ab level anfang war es war es alter es er hat mir einfach gerade meine schüsse nicht mir angezeigt boah hier leckt es mega ich habe gesagt das spiel ist schwer wenn es leckt ist aber auch scheiße okay es ist alles wieder gut verdammt egal ist nur ein herz ist nur ein herz ich sehe da unten ein herz gib mir das herz ich will lieber da unten lang unten ist mir lieber kann ich besser mit dem Ballon ich habe doch noch mal geschossen flieg ich gehe unten her ich gehe unten her es leckt entweder liegt es an den unfassbar vielen verdammt verdammt ne da will ich glaube ich sogar lieber oben her ich glaube ich komme mit dem ah ich darf ab hier anfangen das ist ja sehr nett von euch ich glaube ich komme sogar mit dem hier besser klar anhalten durchfahren für zwei dann wieder anhalten und gegen den nächsten stein fliegen weil das ist ja witzig und ich bin doch lieber dat viel was willst du denn da machen das erste scheiß stelle ich bin durch ich bin durch ich war das nächste level noch vorne ich bin durch Ach du Scheiße! Juhu! Ja! Ja! Alter! Was soll ich hier machen? Es geht einfach nur darum, durchzuraschen! Ich seh das schon! Es geht einfach nur darum, durchzuraschen! Verdammt! Darf mir nicht nochmal passieren? Ich muss auf die Kanone! Nein! Nicht so! Ich krieg das Level hinlaufen, ne? Es... Alter, das ist... Ich denke immer, Space ist springen! Ich denke immer falsch! Okay, wieder... Lieber wieder zurück! Oh, komm da hoch! Verdammte Scheiße, Alter! Ist mir jetzt egal! Spring auf die fucking Kanone! Hoch! Nein! Hoch! 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 Ich hab' ein fucking Herz! Alter! Alter! Das ist so krank! Wofür wollen die, dass ich die Kiste habe? Wollen die, dass ich die Kiste hier unten... ...da unten hinlege? Wollen die, dass ich die Kiste hier unten... Ich glaube, ich weiß schon, was die wollen! Nee, ich weiß nicht, was die wollen! Da ist noch eine Kiste! Ja, wie komm ich jetzt wieder da hoch? Ach ja! Nein! Das wollte ich gar nicht machen! Geh wieder zurück! Nein, nicht so! Ey, Freunde, das Spiel, ne? Das Spiel! Dead Game, Alter! Dead Game, ey! Leck mich am Arsch! Der muss jetzt auch da drauf! Weil dann kann ich nämlich hier den Wardruck machen... ...und bin durch! Was?! Oh, ich wollte schon sagen, ey! Das wär unfair gewesen! Ohhhh! Drei Level... Hab ich überhaupt drei Level geschafft? Ich weiß nicht mehr, welchen Level wir sind! Egal! Freunde! Das Spiel ist hart! Das Spiel kann auch dauern! Aber ich find's geil! Solange ich da Erfolg habe, wird's weiter zu gehen! Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder! Esa gibt's da ein! Tschüss!